Ich werde heute mir ein paar allgemeinere Gedanken darüber machen, aus welchen Affekten sich eigentlich dieses Phänomen, worum es hier heute und nächste Woche gehen soll, möglicherweise speist. Und was das zu tun hat mit den Veränderungen der Lebensbedingungen einer ganz bestimmten Schicht, die eben in den Vierteln lebt oder auch zu Besuch ist. Der Unterschied ist, glaube ich, gar nicht so groß, in denen dieser vermeintliche oder tatsächliche Touristenhass auftaucht. Und ich denke, diese Frage kann man am besten beantworten mit einer kleinen historischen Phänomenologie des Wandels, der Verkehrsformen, der Fortbewegungsmittel und des Wohnens und Reisens. Beginnen möchte ich mit einer Klientel, die nicht nur in Kreuzberg und Neukölln wesentlich unangenehmer und vor allem bedrohlicher auffällt als die Touristen mit den Fahrradfahrern. In einem instruktiven Artikel ihres Wirtschaftsteils diagnostiziert im vergangenen Herbst die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass die Radler zumindest in deutschen Großstädten die verkehrspolitischen Leithammel der Zukunft seien. Zitat Mit 4 Millionen werden jedes Jahr mehr Räder verkauft als Autos. Es sind längst nicht bloß die Studentenstädte wie Freiburg oder Münster, die zu Fahrradstädten mutieren. Auch die größten deutschen Metropolen wie Köln, München oder Frankfurt verzeichnen steigende Zahlen. Berlin wird auch zur Fahrradhauptstadt der Nation. Seit 2008 hat sich die Zahl der Fahrradfahrer in Berlin verdoppelt, ergibt eine Studie des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Die Hauptstadt soll zum bundesweiten Vorbild werden. Der von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer kürzlich vorgelegte Nationale Radverkehrsplan 2020 sieht vor, dass in acht Jahren in ganz Deutschland jeder fünfte Weg mit dem Fahrrad gefahren werden soll. Zitat Ende Was damit angedroht wird, weiß jeder, der einmal erlebt hat, mit welcher Lässigkeit ein progressiv motorisierter Eingeborener am Cottbusser Tor, der soeben ökologisch korrekt umgenieteten Oma auf die Schulter klopft und Hey Sorry sagt, um mit ungemildertem Tatendurst zur Antifluglärm-Demo weiterzubrettern. Die Gewissheit, dass Autofahrer, reaktionäre Spießbürger und daher immer um Unrecht und Fußgänger archaische Relikte im nachhaltigen Verkehrsfluss der Großstadt sind, mag durch banale empirische Gründe begünstigt werden, etwa dadurch, dass Fahrradfahrer keinen Führerschein machen müssen und keiner Kennzeichnungspflicht unterliegen. Was ja nicht schlimm ist. Eine Gefahr sind sie aber vor allem deshalb, weil sie auf ihrer Fahrt in die Do-it-yourself-Zukunft längst den Weltungeist im Rücken haben. War Fahrradfahren früher eine Tätigkeit, die es erlaubte, so hat man das ja immer genannt, die Seele baumeln zu lassen und die Gedanken in die Ferne zu schweifen zu lassen, etwas für die kurze, aber erfüllte Zeit zwischen Privatleben und Beruf, zwischen Pflicht und Neigung also, so wurde es alsbald zum Ausweis politisch korrekter Gesinnung, zum ehrenamtlich absolvierten Freizeitsport und schließlich zum gültigen Ausdruck postbürgerlicher Massenmobilisierung, in der jeder gerade dadurch, dass er mit sturem Optimismus nur für sich selber seine Kreise zieht, als organischer Bestandteil jener flexibilisierten Petschportkorden agiert, aus denen sich die integrale Gesellschaft zusammensetzt. Autos wie Fußgänger sind Erscheinungen der bürgerlichen Epoche und verkörpern deren Glücksversprechen ebenso wie dessen notwendigen Verrat. Im schlimmsten Fall ist ein Auto mit bestrickten Klorollen im Rückfenster, Herz für Kinder auf der Frontscheibe und Butterkekskrümmeln auf den Sitzpolstern die unansehnlichere Miniaturausgabe der eigenen öden Reihenhaushälfte. Im besten Fall ist es ein mobiler, in den öffentlichen Raum versetzter Teil der eigenen Privatsphäre, der es dem Bürger, insbesondere der bürgerlichen Kleinfamilie, deren Form es topografisch bis ins Detail nachbildet, ermöglicht, auch in der Öffentlichkeit für sich zu sein, hoffentlich schnelle Bewegung und ruhiges Verharren zu vereinen und die tägliche Zeit auf diese Weise gleichsam aufzuspalten. In die lineare Zeit der möglichst reibungslosen Durchquerung des Raumes und in die individuelle Zeit, die man dank des Autos dieser bloß quantitativen Zeit trotz des pragmatischen Zwecks abgewinnen kann. Weil das Auto das widersprüchliche Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, dessen Produkt es ist, nicht einfach verleugnet, sondern verkörpert, konnte es nicht nur zum Bestandteil einer Mythologie von Wohlstand, Unabhängigkeit und Patriarchalismus werden, sondern ist auch als Ort halb heimeliger, halb peinlicher Intimitäten in Erinnerung. Im Auto kann man gemeinsam mit dem Partner seine Lieblingsmusik hören, Babys stillen, den Kindern Geschichten vorlesen, schlafen, frühstücken und Liebe machen. Es hat ein eigenes Kennzeichen, wie die eigene Wohnung eine Nummer hat. Wie der Wohnung sieht man ihm meist auf den ersten Blick gewisse angenehme und eklige Eigenheiten des Besitzers an. Und wie in seine Wohnung, so lässt man auch in sein Auto nicht einfach jeden hinein. Insofern klingt die Passage aus der Dialektik der Aufklärung, in der Theodoré Adorn und Max Hochheimer das Auto als Symptom einer Isolierung durch Verkehr ausmachen, heute nur noch halb richtig. Zitat Die Eisenbahn wurde durch Autos abgelöst. Durch den eigenen Wagen werden Reisebekanntschaften auf halb bedrohliche Hitchhikers reduziert. Die Menschen reisen streng voneinander isoliert auf Gummireifen. Dafür wird in jedem Einfamilienwagen nur gesprochen, was im anderen erörtert wird. Wenn sie an Sonntagen oder auf Reisen in den Gasthöfen zusammentreffen, so finden die Besucher, dass sie mit zunehmender Isolierung einander immer ähnlicher geworden sind. Die Kommunikation besorgt die Angleichung der Menschen durch ihre Vereinzelung. Zitat Ende Schon die Diagnose der Asozialität des Autos im Vergleich mit der Eisenbahn ist ebenso unabweisbar wie anachronistisch. So gewiss Anhalter gegenüber den Reisebekanntschaften des überholten Großbürgertums und verkommene Autoraststätten gegenüber Bahnhofshotels eine zweifelhafte Alternative darstellen. So sehr wünscht man sich angesichts der Öffentlichkeitsarbeiter, die es sich mit einem aufgeräumten Ist hier noch frei zwischen Berlin und Köln neben einem auf dem Sitz bequem machen, um die kommenden sechs Stunden mit ihrer Coaching-Gruppe zu skypen, dass man sie im Gang stehen lassen könnte wie den Hitchhiker auf der Landstraße. Heute wird die Angleichung der Menschen durch ihre Vereinzelung besser als vom behäbigen Auto vom flexibleren Fahrrad besorgt. Es ist billiger, leichter ersetzbar, leichter repariert, braucht keinen Parkplatz, braucht keine eigene Fahrbahn, kann im Zug und im Auto mitgenommen werden und seit seine Nutzer mit Helm oder Kopfhörern unterwegs sind, übertreffen sie an offensiven Stumpfsinn jeden Sonntagsfahrer. Kompliment der Autofahrer waren in der bürgerlichen Epoche die Fußgänger, die auf andere Weise als jene denselben Widerspruch zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit verkörperten. Als Privatleute, die mit unbekanntem Ziel unterwegs sind und dabei ständig anderen Unbekannten begegnen, die trotzdem ihresgleichen sind, stellen sie eine Öffentlichkeit vor, die das Private in ihrer eigenen Sphäre nicht nivelliert, sondern achtet und etwa in Cafés oder auf Parkbänken Spielarten der Intimität zulässt, die nur innerhalb dieser Öffentlichkeit entstehen konnten. Auch der Fußgänger spaltet die Zeit der Durchquerung des Raums auf in die zielgerichtete lineare Zeit und in die Zeit der individuellen Erfahrung, die beim Flaneur zum einzigen Zweck wird, aber bei jedem Passanten nebenherläuft und die Wahrnehmung strukturiert. Weil jeder Passant seine Privatsphäre gleichsam als Andeutung mit sich trägt, ein greifbares Zeichen dafür ist der fast im Aussterben begriffene Regenschirm als portables Dach, das jemandem anzubieten einer symbolischen Einladung in die eigene Wohnung ähneln kann. Es gibt sehr schöne französische Liebeslieder über Regenschirme. Weil jeder Passant seine Privatsphäre also gleichsam als Andeutung mit sich trägt, haben die urbanen Passanten eine ganz eigene Achtsamkeit entwickelt, indem sie durch die neuen sozialen Verkehrsformen gezwungen waren, einander in einer subtilen Choreografie permanent wahrzunehmen, aber auch auszuweichen, Nähe zu ertragen und doch Distanz zu wahren. Wo beim Radfahren heute noch das Moment der Zweckfreiheit zur Geltung kommt, kann es etwas Ähnliches sein wie eine mobile Flanerie. Wo es jedoch als Agens von Mobilität und gesellschaftlichem Wandel fungiert und eine ganze Gesellschaft sich mit seiner Hilfe zwanglos nach Maßgabe eines nationalen Verkehrsplans reorganisiert, ist es Symptom der permanenten Selbstmobilisierung, die längst auch die Passanten ergriffen hat, die sich zum Schrippenholen wie für einen Gewaltmarsch rüsten, statt Schirme praktischere, aber nutzlose und entindividualisierende Kapuzen tragen und auf jedem ihrer Wege Rucksäcke mit sich schleppen, als wäre ihr ganzes Leben ein permanenter Umzug. Erst in einer Zeit, in der alle immer mächtig im Aufbruch sind, selbst wenn sie nun mal eben vor die Tür gehen, konnten auch die Rollkoffer aufkommen, über die sich das gegenwärtige Touristen-Bashing gern beschwert. Das Symptomatische an ihnen ist nicht einfach der Lärm, den sie machen, sondern die Tatsache, dass sie durch ihre bloße funktionale Gestalt den Koffer in ein motorisiertes Vehikel verwandeln, das auf seinen Rollen wie auf Schienen gnadenlos vorwärts rattert und vom Besitzer nicht getragen, sondern gesteuert wird, weshalb dann auch ein einzelner Rollkofferfahrer klingen kann wie ein ganzer Güterzug. Ohnehin sind in den Großstädten mittlerweile fast alle Bürger auf Rollen unterwegs. Manager rollern wie Kleinkinder zur Arbeit, Mütter transportieren ihren Nachwuchs wie Vieh auf überdachten Fahrradanhängern, Touristen werden mit Dada-esken drei, vier oder fünf Rädern durch die Innenstadt kutschiert. Die Menschen machen sich so selber tendenziell zu ihrem eigenen Fahrzeug, dessen alte Variante sie in Gestalt des Autos nicht nur aus ökologischem Bewusstsein ausmustern, sondern weil es sich als zu träge, als Hemmnis bei der geforderten täglichen Selbstmobilisierung erwiesen hat. Eben deshalb fungiert das Auto, mit dem man im Stau stehende und keinen Parkplatz findet, heute nicht als Inbegriff von Mobilität, sondern von Schwerfälligkeit und Anpassungsunfähigkeit. Auch die alten Koffer gibt es nur noch in Antiquitätenläden, weil die Zartheit, die sie ihrer Form nach dem menschlichen Umgang nahelegen, nicht mehr gefragt ist. Statt sie neben oder hinter sich herzuziehen wie den eigenen Anhänger, muss man sie wie einen Begleiter an die Hand nehmen, muss innehalten, wenn man sie abstellt, sich neigen, wenn man sie wieder aufnimmt und Vor- und Rücksicht üben, wenn man sich mit ihnen umdreht. In zahllosen alten Filmen und Fotografien fungiert der einzelne Mensch, der mit einem Koffer verloren am Bahnhof steht, als Allegorie der Gleichzeitigkeit von Trauer und Hoffnung, die jedem Abschied und jeder Ankunft innebohnt. Die heutigen Koffer gehören ernüchterten Menschen, deren Leben eine triste Transitreise ist. Sie signalisieren, dass man immer schon halb weg, auf der immerwährenden Reise, aber stets in sich selbst verschlossen ist und dass es irgendwie immer so weitergehen wird, was leider ja auch stimmt. Die Rollkoffer wie das Fahrrad setzen das Individuum heute, als das, was es gesellschaftlich geworden ist, als flexiblen, vollzeitmobilen, atomisierten Einzelnen, dessen Partikularität ihn den anderen Atomisierten nicht etwa schockhaft entfremdet, sondern ihn mit ihnen im Verkehrs- und Kommunikationsstrom zusammenschweißt, dem wahren Fluss ohne Ufer, der die zeitgenössische Erscheinungsform des repressiven Kollektivs ist und der den Unterschied zwischen Reisen und Verweilen längst nivelliert hat. Dass dies in der Tourismusbranche als Individualisierung verbucht wird, ist nur konsequent. Es ist kein Zufall, dass sich die Aufregung über Touristen und den vermeintlichen Hass auf sie nicht unter den Anwohnern des Schlosses Charlottenburg oder in Berlin-Mitte, sondern in einem Milieu entwickelt hat, in dem der Typus des mobilen Individualisten und kreativen Freelancers aus der Notwendigkeit prekären ökonomischen Selbstverhalts heraus zur Existenznorm geworden ist. In der Verachtung der piefigen Pauschaltouristen, die in Ibis-Hotels wohnen und die allen Ernstes Sehenswürdigkeiten fotografieren, ist man sich hier ohnehin so einig wie im Hohn auf Stubenhocker, die seit 30 Jahren am selben Ort leben. Auch der Oberklassentourismus ist trotz des Ressentiments gegen Aufwertungen, die nicht nur daran erinnern, dass es einige besser haben, sondern auch daran, dass es eigentlich alle besser haben könnten, nicht das wichtigste Objekt der linksalternativen Touristenjagd, vielmehr geht es, und diese Identität zwischen den Subjekten und Objekten der Jagd scheint mir für die ganze Veranstaltung charakteristisch zu sein, gegen Leute, die in ihren ökonomischen Lebensbedingungen wie in ihrem Lifestyle von einem selber kaum zu unterscheiden sind und die bevorzugt in jenen Stadtvordeln wohnen, in denen alle beieinander und bei sich selbst immer nur zu Besuch sind. Nirgends ist die durchschnittliche Mietdauer jetzt schon so kurz wie in diesen Stadtvordeln, in denen jedes Café, ein WG mit Theke und jede Wohnung zum Ärger der hinterweltflorischen Egoisten unter den Anwohnern 24 Stunden am Tag ein öffentlicher Ort ist. Mitunter geben einem dieselben, die sich hier über Partytouristen und Ballermanisierung mokieren, zu verstehen, man sei ein habitueller Faschist, wenn man nur ein einziges Mal wegen nächtlicher Ruhestörung die Polizei ruft. Das wird vergessen von einer Kritik, die in ihrer berechtigten Polemik gegen die Ideologie des Kiezes und gegen Wohngemeinschaften, die stolz für sich beanspruchen, keine Zweck WG zu sein, unterstellt, dass der Kiez ganz einfach wie ein urbanes Dorf und die Wohngemeinschaft wie eine Volksgemeinschaft im Kleinen funktioniert. Tatsächlich sind diese neuen Wohnformen keine bloße Regression, kein bloßer Rückfall der großstallten Provinzialismus, sondern Symptom der schlechten Aufhebung des Gegensatzes zwischen Kosmopolitismus und Autochtonie. Gerade weil anders als in authentisch volksdeutschen Dorfgemeinschaften hier keiner mehr an eine bestehende, unbedingt reinzuhaltende Homogenität glaubt, weil ein diatomisierten Menschen verbindender naturwüchsiger Ungeist fehlt und dennoch alle statt Freie lediglich jederzeit freisetzbare Bürger sind, wird mittels Kiezfesten, Kieztrödel, Kiezkinderläden und Kiezbüros eine kollektive Bürgernähe eingeübt, deren gesellschaftliche Grundlage in Wahrheit längst erodiert ist. Gerade weil sie durch nichts miteinander verbunden sind als durch die Erfordernisse ihres immer kläglicheren Subsistenzwettbewerbs, gerade weil in einer Mischung aus Lebensnot und Profilierungszwang alle aufeinander angewiesen sind und zugleich einander ausstechen wollen, weil also nirgends etwas anderes herrscht als der gegen sich selbst blinde und daher leer gewordene Zweck, deshalb verwahren sich hier alle besonders laut dagegen, in Zweck-WGs zu wohnen. Gewisse antideutsche Jungkader, die seit dem Auszug bei ihren Eltern nie eine eigene Wohnung hatten und dadurch eine der wichtigsten Erfahrungen erwachsener Individuationen überhaupt nicht machen konnten, jedoch umso größeren Wert darauf legen, sich vom ewigen WG-Leben mit seinem Gemeinschaftsding zu distanzieren, sind Ausdruck derselben Konstellation. Eine Entwicklung nämlich, die Stadt als Touristification, präzise als Hostelification oder Hostelization, als Hostelisierung der Großstadt zu beschreiben wäre. Mit den bürgerlichen Wohnungen und den alten, vergleichsweise kalkulierbaren Mietverhältnissen verlieren auch die traditionellen Hotels ihre Bedeutung. Das Hotel alter Prägung erhielt seinen halb unheimlichen, halb abenteuerlichen Reiz dadurch, dass in ihm äußerste Anonymität und äußerste Intimität zusammenkamen. Nirgends vermochte man so wie hier zugleich ganz und gar für sich und doch nur einer unter vielen zu sein. Diese Konvergenz von Anonymität und Intimität, die aus den Hotels ein genuines großstädtisches Phänomen der Moderne machte und sie mit anderen modernen Großstadt-Toppui, vor allem den Cafés und Bahnhöfen verbannt, wurde zum Stoff von Romanen, Filmen, Bildern und Liedern, die im Mikrokosmos des Hotels die bereits im Zerfall begriffene bürgerliche Individualität noch einmal in melancholischem Glanz zur Anschauung brachten. In den Hotels wohnten, gar nicht einmal nur in der Fiktion, die Hochstapler und die Detektive, die Agenten und Gelegenheitsprostituierten, hier benutzten ehrenwerte Leute falsche Namen, um endlich mal für sie selbst sein zu können, und hier fanden die Ehebrüche und Affären statt, als sie statt Stress Vergnügen machten. Je mehr die Gastlichkeit, die in den Hotels nicht nur als Dienstleistung angeboten, sondern als zivilisatorischer Gestus geprägt wurde, als anachronistische Betriebsstörung aus der mobilen Gesellschaft getilgt wird, desto mehr gilt als ungesellig, wer statt seine Isomatte bei Betriebskollegen oder Freunden auszurollen, für sich das Privileg in Anspruch nimmt, im Hotel zu wohnen und womöglich Sonderwünsche zu Zimmer oder Frühstück äußert. Wo es sich das Kollektiv der Kollegenfreunde, das dabei ist, die Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft abzulösen, leisten kann, seinesgleichen im Hotel unterzubringen, wird durch infantile Gemeinschaftsveranstaltungen wie Workshop, Frühstück oder nächtliche Elektroparty sichergestellt, dass niemand länger als eine Stunde pro Tag entkommt. Im prekären Kunst- und Geistmilieu, wo weniger Geld vorhanden ist, wird man als Vortrags- oder Performancegast nach durchsumpften Kneipennächten in wechselnden Teilzeit-WGs abgelegt, in deren verkrusteten Küchen man seinen Morgenkaffee aus den Kühlschrank-Ecken zusammenkratzen und den Schlüssel im Briefkasten hinterlassen muss, wenn man sich nach einem Blick auf den Stadtplan auf den Irrgang zum Bahnhof macht. Zurecht besuchen tut man sich hier eigentlich gar nicht, sondern hockt lediglich beieinander in wechselnden, verschieden dauerhaften, vom Druck des gar nicht so eigenen Lebens erzwungenen Konstellationen. Die Hostels sind insofern nichts als die Institutionalisierung der von den Verhältnissen erzwungenen, zugleich aber von den Individuen als Ausweis ihrer totalen Flexibilität bejahten und lustvoll vollzogenen Liquidierung des Gegensatzes von Reisen und Wohnen, Arbeiten und Leben. Das Couchsurfing, das die Möglichkeit professionalisiert, wechselnde Zwischenmieter in der eigenen und sich im Austausch in anderen Wohnungen einzumieten und das sich vorwiegend an Leute richtet, die zwischen Lust, Kultur und Arbeitsreisen, zwischen Relaxing und Networking kaum noch zu unterscheiden wissen, stellt bereits durch seine Bezeichnung, also Surfing, klar, dass man auch, wenn man sich auf dem fremden Sofa räkelt, sportlich und tollkühn die unkalkulierbaren Höhen und Tiefen der eigenen Selbstverwertung zu bemeistern sucht, dass es also selbst während der Erholung nie eine Unterbrechung, nie ein Inhalten gibt. Der erregende Schock, dank einer glücklichen Kombination aus Notwendigkeit und Zufall plötzlich in die intime Nähe eines bislang fremden Menschen versetzt zu werden, ist angesichts solcher Verhältnisse eine anachronistische Erfahrung geworden. Die schamhafte Erregung, in einem anderen Bett zu schlafen, ein atavistischer Gefühlsrest. Auf der Grundlage dieser Transformation von Wohnen und Reisen erst kommt der heute omnipräsente Typus des erfahrungslosen Kosmopoliten auf, der zugleich der reale Widerruf des Kosmopolitismus ist. Die fünf tagewärtigen Heiner-Müller-Brillen-Männer und die schulterfreien Windelkleid-Trägerinnen, die irgendwas mit Kunst und Kommunikation machen und von denen man jedes Mal zurecht glaubt, ihnen doch gerade eben schon begegnet zu sein, sind die Rekrutierungsgeneration dieses interkulturellen Autismus, dieser multilingualen Sprachlosigkeit. Weil sich im Alltag der Öffentlichkeitsarbeiter in eigener Sache bei jeder Reise und jedem Aufenthalt Erwerb und Freizeit, Zweckfreiheit und Zweck miteinander verfilzen, lässt ihre konformistische Umtriebigkeit ihnen nie Raum, um neben all den Erlebnissen Erfahrungen zu machen, während umgekehrt die Arbeit zu sehr notwendige Selbstperformance ist, um sich in spezifischen Fähigkeiten zu kristallisieren. Die Freizeit des prekären Kreativarbeiters wird also fast vollständig damit ausgefüllt, sie sich zu verdienen und die Arbeitszeit damit zugebracht, zu konsumieren, was man durch sie erwirbt. Beides ist dasselbe, die permanente Einübung in die eigene Überflüssigkeit. Doing Things and Going Places schreibt Adorno in dem Minima Moralia im Abschnitt Vandalen über die Vorläufer dieses Menschentypus sei der Versuch, eine Art Reizschutz gegen die drohende Kollektivierung herzustellen, auf diese sich einzuüben, indem man gerade in den der Freiheit überlassenen Stunden sich selber als Mitglied der Masse schult. Man lebt gewissermaßen noch schlimmer, also mit noch weniger Ich, als man erwartet, leben zu müssen. Zugleich lernt man durch das spielerische Zuviel an Selbstaufgabe, das einem Ernst ohne Ich zu leben nicht schwerer fallen könnte, sondern leichter. Dieser Impuls reagiert exakt auf die Dislokation der Menschheit, wie sie von der trüben Verwischung des Unterschieds von Stadt und Land, der Abschaffung des Hauses, über die Züge von Millionen Erwerbslose, bis zu den Deportationen und Völkerverschiebungen im verwüsteten europäischen Kontinent führt. Das nichtige Inhaltslose aller kollektiven Rituale seit der Jugendbewegung stellt nachträglich als tastende Vorwegnahme über mächtiger historischer Schläge sich dar. Die unzähligen, die plötzlich der eigenen abstrakten Quantität und Mobilität verfallen, sind Rekruten einer Völkerwanderung, in deren verwilderten Räumen die bürgerliche Geschichte sich zu verenden anschickt. Zitat Ende Heute, da sie verendet ist, erleben die nur mehr formell als Individuen agierenden in Wahrheit mit ihren je nach Erfordernis wechselnden Rollen identischen Menschen die Tatsache, dass einem ohne Ich zu leben nicht schwerer fallen könnte, sondern leichter, nicht als dämmernde Ahnung, sondern als fraglose Voraussetzung des täglichen Selbsterhalts. Der Antagonismus zwischen Ideologie und Wirklichkeit, der bei dem von Adorno beschriebenen Typus noch nicht vollständig gekittert war, so dass es im Prozess der vorwegnehmenden Anpassung möglich schien, sich zu sich selbst reflektierend zu verhalten, ist damit nivelliert. Niederschlag dessen ist nicht nur, die in allen im weitesten Sinn kommunikativen Berufen bemühte Rhetorik des lebenslangen Lernens, nicht nur die Inflationierung von Kreativität als vermeintlicher Kernkompetenz, sondern auch die universelle Ausdünstung des Künstlerseins in alle Berufs- und Lebensbereiche. Als Kreativ und als Lebenskünstler werden halb bewundernd, halb mokant Menschen bezeichnet, die noch aus hässlichsten Bedingungen etwas zu machen wissen und sich ihr Leben lang immer wieder knapp am drohenden materiellen und geistigen Kollaps vorbei wursteln. Kreativität ist also nichts anderes als die euphemistische Bezeichnung für den abgefeimten, dreisten und schamlosen, aber unverwüstlichen Konformismus, zu dem ein solches Leben erzieht. Wenn heute eine bunte Bagage aus Strickaktivistinnen, Webdesignern, Pädagogen, Therapeutinnen, Freelancern und Coaches für sich in Anspruch nimmt, ihre Arbeit habe eine kreative Dimension, bezeugt dies, dass der Typus des Künstlers zum totalen Vergesellschaftungsmodell geworden ist. Weil niemand besser als der Künstler weiß, dass seine Arbeit nach Maßgabe des Kapitalverhältnisses wertlos ist, dass seine Honorare im Grunde nicht als Geschenke sind, dass er eigentlich überhaupt nichts Nützliches tut, sondern als kunstrichterlich geadelter Schmarotzer von einem jederzeit widerrufbaren, institutionell nur kaschierten Mäzenatentum zehrt, dass er sich aber gerade deshalb dienstbeflissen bemühen muss, für seine nutzlose Produktion eine Nachfrage zu erzeugen, eben deshalb, weil heute tendenziell alle den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die eigene Überflüssigkeit zu verwalten, mutieren alle zu Künstlern. Als Begleiterscheinung dieses Prozesses hat sich der scheinbare Gegensatz zwischen Bürgertum und Bohem, von dessen Distinktionswert die Kreativberufler in den touristifizierten Kiezen zehren, aufgelöst. Einst war die Bohem eine Komplementärerscheinung zum Bildungsbürgertum, das Ulrich Enderwitz in seiner Studie Der Konsument als Ideologe als nutzloses, aber qua Erbschaft, Vermögen und vorbürgerliche Residuen durchgefüttertes Anhängsel des Bürgertums beschreibt, welches von den Charaktermasken des Kapitals dafür ausgehalten wird, dem Leben mit Luxusgütern wie Dichtung, Geist und schönem Schein den Anstrich eines nicht bloß nützlichen Sinns zu verleihen. Die Bohem wiederum war das lumpenproletarische Anhängsel des Bildungsbürgertums, das sich zu nicht unbeträchtlichem Teil aus verarmten Aristokraten, Privatgelehrten und ärmeren Kindern reicher Leute zusammensetzte und den Bildungsbürgern das avantgardistische Material für ihre Reflexionen lieferte. Eine Arbeitsteilung übrigens, die keine Häme verdient hat, sie hat einige der bezwingendsten Kunstwerke und wahrscheinlich auch der interessantesten Menschen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Heute ist mit dieser aufgrund einer vergänglichen gesellschaftlichen Konstellation den Bohemians gewährten Nutzlosigkeit Schluss. Nicht nur würden die Exzesse von glücklichem Alkoholismus, demonstrativer Arbeitslosigkeit, kultivierter Exzentrik und großzügiger Verschuldung die subkulturelle Erscheinungsformen der von Weblen sogenannten Conspicious Consumption waren, schneller als man sich versieht heute zu Armut, Obdachlosigkeit und permanenter Gängelung durch Ämter und Mitbürger führen. Auch die Menschen selbst, die sich aufgrund ihrer vermeintlich kreativen, jedenfalls prekären Tätigkeit in der Nachfolge der Bohemen sehen, zeichnen sich durch vieles, aber bestimmt nicht durch zufriedene Untätigkeit und glückliche Faulheit aus. Vielmehr sind die als Überschusskonsumenten temporär durchgefütterten, unproduktiven Kapitalanhängseln heute zu agilen, geschickten und routinierten Selbsthelfern geworden, die ständig total kommunikativ und weltoffen unterwegs sind, um hinreichend viele Konsumenten der eigenen Kreativität um sich zu schauen, die ihrerseits, also die Kreativität, in nichts anderem besteht als im permanenten Bemühen der Konsumerzeugung. Deshalb erwecken Premieren, Vernissagen, Symposien, aber auch linke Vortragsveranstaltungen und Büchertage den ebenso unseriösen wie zutreffenden Eindruck, dass sich hier keine Öffentlichkeit, sondern eine locker organisierte Bande trifft, in der alle auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, durch ihre unausgesprochene Konkurrenz aber auch aufeinander neidisch und miteinander verzankt sind. Wie auf Facebook, dessen Freundeskreise diese gesellschaftliche Wirklichkeit exakt nachbilden, braucht hier jeder die anderen, um sich selbst zu profilieren und im Gespräch zu halten, muss sie aber zugleich ausstechen, sich gegen sie abgrenzen und hinter ihrem Rücken über sie reden, um im schleimigen Wettbewerb der befreundeten Neider zu bestehen. Diese gesellschaftliche Situation ist es, in der die Imago des Partytouristen auftaucht, der deshalb zum Hassbild taugt, weil seine empirischen Vertreter genauso lärmend durchs Viertel ziehen wie die eigenen Freunde, die ja eigentlich auch nicht als Wettbewerber und eben darin einem selber ähnlich sind. Indem man sie Touristen nennt und unterstellt, der von ihnen verkörperte Kosmopolitismus sei etwas Fremdes, das ins autochtone Viertel drängt, vergisst man, dass der Kosmopolitismus das eigene Viertel längst erreicht hat, um in den nur durch die hedonistisch bemäntelte Verleugnung der Lebensnot zusammengehaltenen Klicken zu scheitern und so einzugestehen, dass sein Versprechen uneingelöst geblieben ist. Nicht, weil sie als Gentrifizierer von der Kiezmiliz gehasst werden, was sicher auch der Fall ist, sondern weil sie einem das eigene gesellschaftliche Dasein vor Augen führen, fallen sie der Konkurrenz als erste zum Opfer. Dass es zwischen Reisen und Wohnen in Wahrheit keinen Unterschied mehr gibt und die damit bezeichneten Erfahrungen dabei sind, liquidiert zu werden, zeigt vielleicht am deutlichsten, damit komme ich langsam zum Schluss, im doppelten Sinn, zeigt vielleicht am deutlichsten das Verschwinden der Hinterlassenschaft. Enderwitz beschreibt in seinem Buch die Hinterlassenschaft, das in Gegenständen statt in Geld verkörperte Erbe, als die den Bürgern vom Kapitalverhältnis wie ein posthumer Zuschuss gewährte, illusorische, aber trotzdem auch reale Bestätigung dessen, dass ihr Leben nicht im Nutzwert aufgehe. Es bleibt immer etwas zurück, das nicht einfach wiederum verwertet werden kann und daher zum Träger des Eingedenkens wird. Eine Wohnung, in der ein Mensch oder eine Familie jahrzehntelang gelebt hat, ist unwiderruflich bis in die letzte Nuance gezeichnet vom Leben, das in ihr war. Wie es heute mit dieser Erfahrung steht, wo der als sich neu erfinden beschönigte Zwang die Menschen darauf verpflichtet, immer häufiger umzuziehen und sich kaum noch richtig einzurichten, bringen unter anderem die Zettel zum Ausdruck, deren Ampeln und Laternenfällen hängen und auf denen Hilfe bei jetzt wirkliches Zitat Umzug, Wohnungsauflösung, Entrumpelung, Müll- und Inventarentsorgung angeboten wird. Da der Besitz von vornherein tot war, kann er genauso gut aufgegeben, ersetzt und in letzter Konsequenz zerstört werden. Wo die Menschen sich ihr Leben nicht vor sich selbst und sei es in illusionärer Form als ihre unverlierbare Erfahrung zu eignen können, da zerfallen die Objekte, in denen es sich konkretisierte, zu sinnlos zusammengeklaubtem Zeug, das trauerlos entsorgt werden kann, wie am Ende der Mensch. So erweisen sich die Trödelläden, in deren Namen noch die Erinnerung an die sorglose, erfüllte Zeitverschwendung nachklingt, als anachronistische Vorform der Ebay- und Ikea-Welt, in der man mit leichtem Gepäck reißt, sein Zeug bei Freunden abstellt, mit der Versteigerung der eigenen Einrichtung die neue finanziert und Manufaktum die guten alten Dinge gepachtet hat. Am Ende von Michael Haneckes Film Amour, der sehr zu empfehlen ist, einer der Besten, die ich seit Jahren gesehen habe, und der von dem langsamen Sterben einer alten Frau und dann dem Selbstmord ihres Mannes erzählt. Am Ende von Michael Haneckes Film Amour sitzt Eva, gespielt von Isabel Hüppert, nach dem Tod ihrer Eltern wie ein vergessener Gast, in deren dunkler, behäbiger Großbürgerwohnung, mit deren Erfahrungswelt sie nichts verbindet. Und doch artikuliert sich in dieser Erfahrungslosigkeit, in der unüberwindlichen Ferne zwischen den Alten, die fast ihr ganzes Leben dort verbrachten, und der Tochter, die ständig unterwegs ist, negativ das übrigbleibende, inkommensurable, von dem der Film einem Publikum erzählt, das es schon nicht mehr erfahren kann. Noch darin, dass es lästig fällt, widersteht das individuelle Leben der blanken Linie zwischen Geburt, Facebook-Eintritt und Tod, an der die Menschen die Reste ihres zerfallenen Ichs ausrichten. Das war's. Ja, danke Ihnen, Magnus Klauer. Ich hatte es vorhin nicht erwähnt, wir zeichnen die Veranstaltung auf. Und jetzt in der Diskussion oder Fragen an den Referenten, also wer das nicht möchte, kann es sagen, dann können wir das im Chor ausmachen. Genau. Und sonst bitte ich jetzt, also wenn ihr Fragen an den Referenten habt, müsst ihr euch jetzt melden, sodass wir den Publikum behalten. Ja? Du hast von der schlechten Aufhebung, also dieser Phänomene, die du geschrieben hast, als schlechter Aufhebung des Gegensatzes von Kosmopolizismus und Autonomie geredet. Ich frage mich so ein bisschen in der Aufzählung, die du genannt hast, wo die Seite der Autonomie gehalten ist. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte diskutieren. Vielleicht kannst du da noch etwas diskutieren. Naja, das ist ja im Grunde das, was sozusagen das Element so eine Art nur noch simulierte Sesshaftigkeit, das eigentlich schon in dem Begriff Kiez steckt. Und der suggeriert, dass alle, die da leben, irgendwie scheinbar gemeinsame Interessen oder Empfindungen oder Freizeitaktivitäten oder was auch immer haben, die sie teilen können. Und das wird ja aber sozusagen erst durch den Prozess der Vergesellschaftung und durch verschiedene Institutionen überhaupt erst erzeugt. Also das ist sozusagen sowas wie der Versuch, ein homogenes, aber gleichzeitig irgendwie vielfältiges und buntes Stadtviertel nachzubilden, das aber eigentlich sozusagen die reale Anonymität der dort Lebenden eben übertüncht. Also das ist sozusagen dieses Moment von Autochtonie oder Botenständigkeit, also steckt natürlich in der Kiez, dieser Ideologie vom Kiez drin, aber muss eben allererst hergestellt werden. Also das meine ich damit. Und genauso ist das sozusagen kosmopolitische Moment eben in der tatsächlichen Vielfältigkeit und Anonymität der Personen, die da leben und in dem, was man Multikulturalismus nennt, irgendwie auch enthalten. Das ist ja eine Art von Entmischung, von Durchmischung, wie das Konservative nennen, die tatsächlich stattfindet, die aber eben sozusagen wieder sistiert wird, indem die verschiedenen Communities sich dann doch wieder homogen organisieren. Aber das ist eben erst ein, steht erst am Ende dieser Entwicklung und ist sozusagen nicht einfach etwas, was die Leute, wie das manchmal so zumindest suggeriert wird, also gerade wenn es um Community-Bildung von Migranten oder so geht, was die sozusagen von sich aus mitbringen, sondern das entsteht ja erst in dem Prozess der Kiezbildung und der Vergesellschaftung als Produkt. Also ich glaube, so meinte ich das. Ja, da hinten. Also du hast ja ziemlich häufig diese Figur des nicht eingelösten Verspäckens bemüht, wenn ich das sage. Und das macht Adorno ja auch sehr häufig überhaupt nicht die Hälfte nicht so lieb. Und ich frage mich dann immer, du hast dieses, okay, das Hotel früher, das hat ja schon eine gewisse Art von Gastfreundlichkeit, die hat dann irgendwas versprochen, in dem der Gast sich zu verholen fühlen würde. Das sei heute ja total verspunden. Aber man muss sich darauf auch umhalten, dass Hotel aus der Zeit aus der du dich darauf beziehst, das war ja auch in einer Weise kapitalistisch organisiert aus Provinzhaus und so weiter. Also was ist denn in den Späschlichten und wer hat es abgegeben? Ist es vielleicht nur eine Ausbildung und sozusagen die Vergangenheit zu romantisieren, die aber mindestens genau gescheitzt wird? Ja, ich finde schon, ehrlich gesagt, diese diesen Reflex der bei sowas immer gleich kommt, dass die Vergangenheit genauso scheiße war, in der Totalität eigentlich schon wieder selber falsch, weil man ja schon irgendwie das, was gegenwärtig passiert, an irgendwas messen muss. Und was das ist, woran man das misst, das muss man natürlich versuchen zu präzisieren. Ich habe ja, glaube ich, klar gemacht, dass ich das jetzt nicht als so eine Art friedvoller, romantischen Ort oder so beschrieben habe, sondern dass tatsächlich, natürlich das Hotelprodukt der Kapitalisierung und überhaupt der modernen Zivilisierung und auch Versachlichung in den Städten und so ist und dass gerade durch dieses Moment eigentlich der kapitalistischen Verwertung eben bestimmte Verhaltensweisen möglich geworden sind, die ursprünglich eigentlich tatsächlich, das meine ich mit Dienstleistungen, Gastlichkeit als Dienstleistung, sozusagen Serviceleistung waren, also zweckgebunden, instrumentelle Funktionen hatten, die aber trotzdem darüber hinaus eine allgemeine Verkehrsform auch konstituiert haben, die eben über den Zweck auch hinausgeht. Also insofern ist das natürlich Produkt des Kapitalismus, das habe ich gar nicht geleugnet. Dass jetzt das Hotel den Leuten verspricht, dass sie sich unheimlich wohlfühlen muss, habe ich nicht gesagt. Also das ist, glaube ich, eher das, was heute passiert. nicht, also diese in manchen Hotels zumindest oder in manchen Orten, wo Gastlichkeit noch so mitgeschleppt oder simuliert wird, dieses permanente um die Leute herumschleimen, schon wissen, was sie bestellen, bloß weil man es dreimal gehört hat und so weiter. Das scheint mir eigentlich sozusagen eher so eine Emotionalisierung zu sein, die dazu gekommen ist. Das, was ich in diesem Abschnitt über das Hotel stark zu machen versucht habe, ist ja gerade sozusagen, dass die Leute auch in Ruhe gelassen werden. Also gerade das, was ich mit der Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz versucht habe zu beschreiben, was man auch an Phänomenen eben wie dem Passanten oder dem Straßencafé oder so zeigen kann. Man kann natürlich in gewisser Weise sagen, das ist Einbildung, aber das kann man immer sagen. Aber man darf dabei auch nicht ganz vergessen, dass bestimmte Illusionen oder Vorstellungen davon, was mit einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Praxis verbunden ist, natürlich auch konkret sind und Ergebnis dieser Praxis. Und wenn die dann verfallen oder verschwinden, ist das wiederum auch Index für eine bestimmte gesellschaftliche Veränderung. Ja, du kannst die Frage auch stellen und ich versuche sie zu wiederholen, wenn ich sie verstehe. Also akustisch meine ich. Ja, okay. Jetzt wäre es eine persönliche Frage an Machen. Und zwar, du hast ja einiges richtiges gesagt, ich bin es eher von kreativen etc. Aber wie fühlst du dich selber in der Rolle eines Journalisten, eines Redaktors oder sagen wir die Öffentlichkeit gesehen, die ja auch nicht die Welt gekommen etc. Hat die Frage jeder verstanden? Also er hat gefragt, wie sich Magnus selber verortet. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du es gleich feststellen. Ja, also was das mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun hat sozusagen. Also jetzt über die Jungle World sage ich jetzt nichts, weil ich morgen wieder zur Arbeit muss. Aber ich glaube in gewisser Weise, dass das so eine Frage auch, wenn die natürlich nahe liegt, vielleicht irgendwie auch ein Missverständnis impliziert insofern irgendwie man davon ausgeht, dass das, dass es sozusagen, dass solche Überlegungen ein unmittelbarer Reflex auf Dinge sind, die man selbst erlebt oder so. Also da geht sowas natürlich auch mit ein. Aber es ist ja gleichzeitig immer der Versuch, auch was Allgemeines zu beschreiben. Und also ich würde mich, es ist, denke ich, klar, dass an der Art, wie ich das, diesen Prozess versucht habe zu beschreiben, dass man sich, wenn man in einem ähnlichen gesellschaftlichen Milieu arbeitet, dann natürlich nicht rausnehmen kann. Aber gleichzeitig war das ja alles auch gar nicht als ein Vorwurf sozusagen an diese je individuellen Leute formuliert, sondern eher als ein Appell sozusagen sich bewusst zu machen, soweit es geht, und das geht ja immer nur in einem gewissen Maße, bewusst zu machen, was man eigentlich vollzieht, indem man das tut, wozu man möglicherweise gar keine Alternative hat. Also insofern bin ich sicherlich auch so eine Art Wurmfortsatz dieses gesellschaftlichen Milieus, das ich hier beschrieben habe, aber ich denke, das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Es geht um die Beschreibung von einer bestimmten Tendenz, die auch Menschen betrifft, die sozusagen in ihrem konkreten sozialen Ort möglicherweise gar nicht dazugehören. Also das ist ja so ähnlich wie bei der Boheme und bei der alten Boheme, das ist ja sehr interessant, da gab es ja tatsächlich, da waren ja Leute wie in Berlin in dem Umfeld vom Café des Westens. Einerseits Leute wie Lasker Schüler oder so, die eigentlich in Hotels gewohnt oder zum Teil im Park geschlafen haben und sehr arm waren und andererseits auch irgendwie so herabgesunkene Reiche und auch Leute wie Georg und so gehörten ja auch irgendwie zu Boheme. Die waren ja alle nicht rein ökonomisch sozusagen, entsprangen ja nicht alle dem gleichen gesellschaftlichen Standort sozusagen. Aber es ist eben der Prozess, der die betroffen hat, hat auch auf sie übergegriffen. Also darauf kam es mir jetzt an, also auf mich selbst jetzt gar nicht so sehr. Ja? Ich habe noch eine Frage zu der Alternativlosigkeit, von der du gerade gesprochen hast. Und es zieht darauf ab, inwiefern die Frekarisierung als Bedingung dieser Existenz solcher Ereignisse, vielleicht so verbunden ist, dass, wie du eben gesagt hast, es keine Alternative gibt, was würdest du denn sehen, was hat denn das freie Individuen überhaupt für Chancen, auf Grundlage dieser Frekarisierung solcher Existenzform zu entflegen? Ja, also die Frage war, was in dem Moment, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen diese präkarisierten, kreativen Individuen durch und durch konstituieren, welche Möglichkeit noch besteht, da Widerstand zu leisten oder dem zu entkommen? Also ich meine, vielleicht kann man das so beantworten, indem man erstmal auch nochmal kurz was zu diesem Begriff prekär sagt, den finde ich auch interessant, den gibt es ja auch erst seit einiger Zeit, ist das so eine merkwürdige, fluide, pseudosoziologische Kategorie, die manche Leute tatsächlich auch ja so ähnlich wie kreativ, regelrecht, affirmativ für sich verwenden, wenn sie halt so sagen, ich arbeite total prekär oder so, das sind auch diese ständig gehetzten Menschen, also das ist ja auch schon sowas wie ein negatives Attribut, womit man irgendwie unbewusst wahrscheinlich, aber trotzdem unter Beweis zu stellen versucht, dass man eigentlich ständig bereit ist zu reagieren und mit schwierigen Situationen umzugehen und das alles irgendwie mitzumachen, und gerade dieses Moment eigentlich, dass man sich das auch immer gleich selber zueignet und affirmiert, ist ja eigentlich das Problem dabei. Also ich kann das jetzt nicht positiv beantworten, ich denke, es wäre schon mal wichtig, dass man sich solche Bedingungsverhältnisse bewusst macht und auch sich versucht, bewusst zu machen, wie die sich in den Individuen verlängern und reproduziert werden, das würde wahrscheinlich schon eine Veränderung bewirken. Und auf der anderen Seite muss man auch irgendwie im Kopf behalten, dass diese, das kam ja öfter in dem Vortrag auch vor, dieses Überflüssigsein von tendenziell allen natürlich auf eine paradoxe Weise im Prinzip eigentlich ja auch gar nichts Schlechtes wäre. Also das wäre ja im Grunde genommen fast eine Utopie, dass die Leute nicht nützlich sind und zu irgendwas da sein müssen oder so, sondern tatsächlich für sich sein können, nicht permanent gebraucht werden. Bloß also die Art von Überflüssigkeit, die sich gesellschaftlich realisiert, ist eben das absolute Dementi davon. Und man muss sich denke ich vor allem also diese extreme Kluft zwischen diesen beiden bewusst machen erst einmal, also soweit es geht. Ja. Anna wollte ich sagen, ich fand es sehr gut, dass du gerade zum Begriff des Fikian gesagt hast, weil ich muss direkt daran denken, es gab eine inzwischen halt eingestellte kurze Medien-Serie, die ich sehen kann, wenn er nur wollte direkt nach dem letzten Linken Studenten, die hieß Fikian repressiv, wo ich halt das was du gerade beschrieben hast, auch immer wieder rausgelesen habe. Deswegen ich habe einen Appell, das bitte wieder aufnehmen. Und zweitens, du hast jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, das so beschrieben vom Individuum, dass es immer wieder quasi dem Zerfall nahe ist, dass es quasi nur noch am Herumreisen ist und dass selbst das in Anführungsstrichen Wohnen quasi auch schon daran ähneln, selbst nur zu Besuch zu sein, wenn man ja selber weiß, in einem Jahr muss man wieder weiter und so. Hoffentlich widerspreche ich jetzt nicht zu sehr dem Dogma, dass man nur negative Kritik als das sollte, aber was wäre für dich denn jetzt Attribute, die ein wirkliches Leben, ein wirkliches Wohnen ausmachen würden, also sagen würde, das ist jetzt nicht so ein irgendwie beschissen ist eine Rumbursch in meinem Leben. Ja, die Frage war, welche Attribute für mich sozusagen ein richtiges Wohnen auszeichnen würden, im Gegensatz zu diesem sozusagen auf Abruf Wohnen oder permanenten zu Besuch sein bei sich selbst, aber ehrlich gesagt, ja, also das kann ich, schon die Formulierung klingt ja automatisch so nach irgendwelchen Katalogtexten, also ne, also so schöner Wohnen oder irgendwie Weekend oder wie die Stange wird, vertreibt glaube ich auch eins irgendwas und so eine Zeitschrift, wo es auch um sowas geht, also und das ist ja genau so eine Reaktion darauf, eine Reaktionsbildung darauf, dass dass das eben nicht mehr geht, dass die Menschen zugeballert werden mit oder dass es überhaupt diese Einrichtungshäuser gibt, wo man sozusagen eine ganze Wohnungseinrichtung kaufen kann, die dann auch individuell sein soll und in der Regel erschreckend aussieht dann, das kann ich jetzt so, das kann ich einfach nicht so beantworten, also ich finde auch, das Problem ist ja nicht die Tatsache, dass man irgendwie nicht mehr ständig an einer Stelle hockt oder so, also das ist das ist ja wieder so ähnlich wie mit der Überflüssigkeit, also prinzipiell wäre ja sogar die, ich möchte sagen, Ermunterung der Individuen, sich auch zu verändern und so weiter, nichts Schlechtes, nicht, das Problem ist nur, dass das sozusagen tatsächlich nur was Auferlegtes ist, was man als Zwang und als ständige Aufforderung und Appell sich zu verändern wahrnimmt und sich aneignet und die Sache selbst, also des zahlreicheren Wohnungswechsels oder so, wäre ja an sich nichts Schlimmes, also aber ich glaube, wichtiger finde ich, sich konkret anschaulich zu machen, wie stark sich das schon durchsetzt, also es gibt in vielen Städten ist das viel weiter schon fortgeschritten als in Berlin noch auch nur noch Mietverträge, die ohnehin noch für zwei oder drei Jahre gelten und dann wieder verlängert werden und so, nicht also auch schon dieses Zermiete Wohnen ist sozusagen immer stärker da, wo man es überhaupt noch kann als immer nur temporäres eigentlich schon eingeplant, also das sind ja alles Dinge, in denen man sozusagen von außen in den Verhältnissen begegnet, in denen man sich bewegt, ja. Ja, in der zweiten Reihe habe ich noch ein Wort mit dem Zehen. Ja. Also die Frage, die ich hier rausgehört habe, war immer, was tue ich denn jetzt mit dieser Reflexion um und so und ich glaube, es gibt eine Geschichte von Recht, die das ganz gut schreibt, dass Herr Kölner lebt in einem Land, wo er von Feinden gesetzt ist und einer der Feinde kommt zu ihm nach Hause und fragt, muss ich mich fliegen, muss ich mich hüttern, muss ich mich in deinem Haus ruhen lassen und Herr Kölner macht das alles und ganz am Ende, als wenn man ein alter Dick geworden ist und kurz mit Lärmes sagt Herr Kölner Ja, das kann ich jetzt nicht nochmal anerzählen. Kannst du das? Ich kann das nicht. Das habe ich mich jedenfalls nicht daran erinnern können. Aber das finde ich interessant, dass in dieser Zeit, als diese Kölner Geschichten erschienen sind, das fällt ja genau in die Zeit, als eigentlich diese Verhältnisse schon erodieren und da kommt natürlich in der Literatur kommen immer wieder solche Versuche vor, das auch zu reflektieren. Auf eine ganz andere Art findet man das auch bei Kafka in dieser Figur des Junggesellen oder Untermieters und wo es ja auch ständig um Wohnungen geht, aus denen man permanent, wo sich auf einmal alles verändert oder wo man gar nicht zu Hause ist oder wo man sich selbst verwandelt oder aus denen heraus man verhaftet wird und so weiter. Also in der ganzen Literatur dieser Zeit, inklusive dieser Hotelliteratur, die ich jetzt nur so anspielen konnte, spielt ja genau, wird ja dieses Problem auch abgebildet. Also das vielleicht auch nochmal als Hinweis, diese Sachen, an die ich da gedacht habe, glorifizieren ja jetzt auch nicht einfach nur diesen Kosmopolitismus, obwohl es auch durchaus Romane gibt, so aus der Zeit der neuen Sachlichkeit, auch so fast Unterhaltungsromane, wie Menschen im Hotel von Vicky Baum oder so, wo also gerade dieses Moment irgendwie besonders emphatisch beschrieben wird, aber es geht in diesen Texten gerade auch so in Krimis und so oder bei Walter Serne an den Geschichten aus der Zeit, wo Hotels oft eine sehr wichtige Rolle spielen, ja auch immer schon darum, dass sich in denen eigentlich diese Krise des bürgerlichen Subjekts auch kristallisiert, aber sie wird eben noch zur Anschauung gebracht irgendwie und das ist, denke ich, das, was auch die Kunst aus dieser Zeit, auch der ersten Bohem irgendwie noch auszeichnet. Ich habe eine Frage zu einer Gegenüberstellung von einmal dem Hotel und dem Hostel beziehungsweise dem Couchsurfing und dem Auto und dem Fahrrad. Und zwar ist ja das Fahrrad und das Couchsurfing halt auch vor allem erstmal gratis, also du hast die Entscheidung für das Fahrrad und das Couchsurfing als rein ideologische, sag ich mal, Entscheidung dargestellt, aber ich finde, dass das vielen Menschen auch gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, in den Hotel zu wohnen oder ein Auto zu fahren, dass diese Menschen das dann im Nachhinein zwar irgendwie alles affirmieren und ironisieren und sagen, ich will genau so reisen, ist nochmal was anderes, weil die Frage wäre ja auch, ob davor nicht erstmal der blank ökonomische Zwang liegt. Ja, also die Frage war, ob nicht die Nutzung von solchen Couchsurfing-Services oder Fahrrädern oder so einfach erstmal aus dem Grund geschieht, dass es gratis ist und dass dahinter ein ökonomischer Zwang steckt. Das ist aber, denke ich, also das stimmt, dass das jetzt nicht im Mittelpunkt stand, aber ich denke, dass das vor allem im letzten Teil von meinem Vortrag ja schon klar geworden ist, dass es hier um eine Klientel geht, die natürlich sich eigentlich meistens auch gar nichts anderes leisten kann, aber das, also ich habe das nicht so stark gemacht, weil ich mich bemühen wollte, sozusagen, das nicht in so eine dann irgendwie fast schon wieder falsch apologetische Richtung zu bringen, die eigentlich mit dem ökonomischen Zwang das Phänomen wegerklärt, weil ich schon finde, dass eben in der Art und Weise, wie das dann verlängert wird in dem, was die Menschen damit tun und ja auch nicht immer nur in den Milieus, wo es wirklich nötig ist, dass sich daran natürlich auch dann überhaupt erst dadurch eigentlich der gesellschaftliche Wandel vollzieht, dass das dann angenommen und weitergeführt wird und entdeckt wird, dass aus ganz anderen Gründen diese Dinge auch viel praktischer sind als das Alte. Also das ist interessant, wie auch so objektive Zwänge eigentlich dann mit ökonomischen also objektive Tendenzen, würde ich sagen, mit ökonomischen Zwängen und scheinbar zufälligen Dingen irgendwie so koinzidieren. Also ich musste noch daran denken, vorhin bei der einen Frage, dass auch an diesem seltsamen Widerspruch, dass die Leute ja früher viel umständlicher gereist sind mit unglaublichem Gepäck und unglaublich lang hat das gedauert und so und dass das aber sozusagen in der Reiseliteratur dieser Zeit und so tatsächlich als eine Form von emphatischer Erfahrung sich noch niedergeschlagen hat, während man heute eigentlich ganz praktisch reist, viel billiger, man braucht nur noch diesen Code und einen Ausweis und es wird einem ja sogar verboten meistens irgendwie im Flugzeug noch was mitzunehmen. Also man hat kaum noch was bei sich, aber trotzdem führt das nicht zu einer emphatischen Erweiterung der Freiheit, sondern eher zu so einem ständigen Gehetztsein. Also so, daran kann man glaube ich ganz gut sehen, dass auch so scheinbar zufällige Dinge, die mit der gesellschaftlichen Tendenz gar nicht zu tun haben, dann da irgendwie einrasten und die verstärken. das ist ja auch schon bei Engels zum Beispiel auch gehaucht, als er über seinen Aufenthalt in London reflektiert und Walter Benjamin greift das auch im Text über Baudelaire und ich frage mich, ob dieses Aneinander-Vorbeigehen nicht auch schon einer bereits untergegangenen Tochter angehört, also in Zeiten von Mitfahrzentrale und dieser Kommunikation von Facebook und etc. Ja, ich wiederhole es nochmal, die Frage war, ob, also dass in meinem Ankündigungstext von den Passanten und dem Aneinander-Vorbeigehen die Rede ist und die Frage war, ob diese Erfahrung, die eigentlich eher der Zeit, die schon bei Engels und bei Benjamin dann auch beschrieben wird, angehört, heute nicht eigentlich auch schon vorbei ist. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, in der Ankündigung gab es am Ende die Formulierung, dass das repressive Kollektiv aus denen besteht, die vorübergehen und das bezog sich jetzt nicht so sehr auf die Passanten und das Aneinander-Vorbeigehen sondern eher darauf, dass die, die einem als dieses Kollektiv gegenübertreten, eben gar nicht immer die gleichen sind, sondern vollkommen fungibel und austauschbar, was aber nicht dafür sorgt, dass das die Repression nachlässt. Also das bezog sich sozusagen eher auf die Flexibilität und Fungibilität, dass dieses Aneinander-Vorbeigehen der Passanten und so, dass das heute sozusagen nicht mehr als eine irgendwie Erfahrung greifbar ist, in der sich eine gesellschaftliche Erfahrung auch kristallisiert, das sehe ich eigentlich auch so. Also schon bei Benjamin geht es ja eigentlich um das Ende des Flaneurs in gewisser Weise. Also da gibt es dann diese Passage, wo er über Poe schreibt und den Mann in der Menge und da kommt der Gedanke auf, dass sozusagen der gehetzte Passant irgendwann dann schon gar kein Flaneur mehr sein kann. Also das ist sicherlich was, was es nicht mehr gibt und das wird durch solche Dinge verstärkt. Also es kam bei mir nur so am Rande vor, wie auch so Alltagsphänomene wie diese, was mit dem Walkman angefangen hat, dieses sich ständige Selbstbescheilen und dann mit den Handys und so weiter, diese Techniken, mit denen man eigentlich sich vollkommen abkapselt vom Gegenüber und deswegen ist auch zum Beispiel verändert sich ja die Umgangsweise etwa auch in der U-Bahn, wo man früher noch sozusagen stark darauf achten musste, dass man die Leute nicht zu lange anschaut und irgendwie freundlich aneinander vorbeischaut und was eigentlich eine sehr fragile, diffizile Interaktion irgendwie ist und inzwischen gucken hier alle nur autistisch auf sich selbst in gewisser Weise. Also das ist ja eine Art von Abkapselung, wo man auch das Vorbeigehen oder das Flüchtige des Passantens gar nicht mehr wahrnimmt. Also das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass viel, was du beschreibst, teile ich die Einstellung. Ich frage mich aber doch, ob man nicht auch doch noch mal eine andere Perspektive beeintragen könnte in die Beschreibung der Gegenwart und des Zeitgeistes für die, wie man das kennen will. Und mich würde glaube ich interessieren, was du jetzt aus dem, was du gesagt hast, was du sagen würdest zu Phänomenen, wie, dass unheimlich viele Leute sich am Wochenende drei Tage lang in Darkheit verlieren und dort nutzlos sind. Und irgendwie, genau, das würde mich wirklich interessieren, dass du das in die gleiche Tendenz einordnen würdest oder ob du da auch irgendwie noch andere Potenziale hast. Das ist echt ehrlich gesagt so weit von meiner Erfahrungswelt weg, dass ich das jetzt nicht so verbindlich beurteilen möchte, aber, also ich glaube schon, also das kann ich eigentlich wieder nur über sowas wie Literatur oder das, was sozusagen daraus gemacht worden ist, zum Teil versuchen nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass so diese Art von Partyerfahrung oder Kultur, die du da beschreibst, bei Reinhard Götz ja etwa eine Zeit lang eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, das ist natürlich irgendwie schon was anderes, wo möglicherweise noch der Versuch eine Rolle spielt, irgendwelche ekstatischen oder wirklich emphatischen Erfahrungen zu machen, die überhaupt nichts mit der Realität und vor allem mit der Außenwelt und dem gesellschaftlichen Leben außerhalb zu tun hatten. Das ist ja auch eine Art von sich mit ganz vielen Leuten einschließen und eine Art Gegenort oder so zu bilden. Also das würde ich jetzt nicht prinzipiell niedermachen wollen oder so, bloß ich weiß halt nicht, ob das nicht einerseits längst inzwischen selbst sich so stark automatisiert und habitualisiert hat, dass es nur noch eine kompensatorische Funktion hat. Und auf der anderen Seite ist ja gerade so in diesem Milieu, die verfilzt sich ja und darum geht es ja auch bei Reinhard Götz selbst oft schon so diese Art von Selbstverausgabung auch mit so einem sportlichen Moment und Leistungsmoment, wo man versucht irgendwie, also das scheint mir auch was davon zu haben, dass man die Freizeit eben benutzt, um sich unter Beweis zu stellen, was man alles noch kann außerhalb der Arbeit. Also das finde ich auch dabei zumindest nicht unproblematisch. Also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wie viele Fragen gibt es denn noch? Also dich und würde ich vorschlagen, dann schreibe ich vor, dass wir jetzt die letzte Frage machen. Denkst du, dass die Ideologie des Touristenhasses ein wahres Moment in sich bringt? Die Frage ist, auf die Ideologie des Touristenhasses ein wahres Moment in sich trägt? Also ich weiß jetzt nicht, was war das Moment? Ich bin aus Kreuzberg weggezogen, weil mich diese nächtlichen Heimkehrerhorden irgendwann so genervt haben, dass ich nie mehr schlafen konnte. Also insofern hat es vielleicht ein empirisch wahres Moment, wenn man die Einschränkung hinzufügt, dass das eben nicht einfach Touristen sind, sondern alle möglichen Leute und das, was ich ja gerade versucht habe zu zeigen, eigentlich dieser Unterschied zumindest in diesem Milieu überhaupt gar nicht mehr so besteht. Also in einer bestimmten mittelständischen oder kleinbürgerlichen Sphäre und auch in einer bürgerlichen Sphäre teilweise gibt es sicherlich noch sowas wie traditionellen Tourismus, der so vor sich hinweht. aber das ist denke ich ein anderes Phänomen. Also ich würde jetzt eigentlich eher sagen, dass Hass irgendwie fast nie ein wahres Moment in sich trägt. Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Das, was daran irgendwie gesellschaftlich aussagekräftig ist und nicht nur Schein oder Lüge, das habe ich ja versucht darzustellen. Also das wäre vielleicht das, was man als wahres Moment bezeichnen kann. Aber eben nur, wenn man das als einen Reflex interpretiert auf eine gesellschaftliche Veränderung. Ja, also vielen Dank Marius Claudius würde sagen, dann schließen wir das jetzt. Und ja, weil es noch jemand vielleicht die eine nach andere Frage hat, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr da wart und auch für eure zwei Gespenden. Und wer irgendwie so wollten haben möchte, gibt es einen Dresen. Ja, dann war es das jetzt eigentlich. Danke.